Ja, liebe Autotrenne! Thomas Tauk, der 5. Jambuar! Ähm, das ist ein Windbeziehende. Ja, ich bin da aufgehalten worden. Ähm, ich musste den Akku wechseln. Aber wie gesagt, mir wohl gesagt, ja, da gehört es auch mit Leopard an die Bände. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Mühsameres als mit einem geschalteten Traktor im Gelände mit Kupplung, Bremse, Gangwechsel. Da fährst du mit dem Fendt einhändig, geschaltest vorwärts, drückwärts und wenn ich still habe, Stoppe bleibt er stehen, ohne auf die Bremse zu drücken. Derjenige, der noch nie einen Fendt gefahren hat, kann ich das gar nicht erklären, sag ich mir. Der versteht das gar nicht. Es ist so viel, viel, viel einfacher, so viel einfacher. Mich würde nie den Sonnen anhängen. Ich bin viel zu mühsam mit dieser alten Büchse da im Wald herumgefahren. shampoo, wie Matau. Musik Absolut. Es geht nicht über einen Mario. Dann fährst du ohne Kupplung und ohne Bremse, nur mit dem Fahrpedal. Wo geht es hin? Es geht nicht über einen Kupplung. Es geht nicht über einen Kupplung. Ja, wenn du die Seilwinde rauskommst. Uns geht gar nichts. Und das war's vom Donnerstag, 5. Januar. Es ist bereits 17 Uhr. Letzter Buchenstand, ab nach vorne. Und dann ist Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ja, und ich muss noch tanken und ich stelle die Tankanzeige zurück und zeige euch gerade den Jahresverbrauch des 311. Die untere Anzeige, 1560 Liter habe ich verbraucht im 2022. Auf die Schnelle ausgerechnet einen Verbrauch von 4,3 Liter auf die Stunde. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob stimmt. Ich muss da noch einmal nachrechnen. Jetzt tanke ich mal wieder 50 Liter, weil der Preis ist immer noch 2,07.